Pietro Tradonico war nach der Tradition der 13. Doge von Venedig, er regierte von 836 bis 864. Unter Tradonico begann die Emanzipation Venedigs von Byzanz, die Etablierung eines unabhängigen Dukats und die Entstehung einer Vorherrschaft als Seemacht im östlichen Mittelmeerraum. Familie Pietro Tradonico entstammte einer Familie, die ursprünglich aus dem istrischen Poir stammte und sich in Equilio. Im heutigen Jesolo und später am Rialto angesiedelt hatte. Sie gehörte zu den reichsten Familien im damaligen Venetien. Das Dogenamt Mit Tradonico wurde die Reihe der Participatio-Dogen unterbrochen, die seit 809 Amtsinhaber gewesen waren. Er soll ein sehr machtbewusster und durchsetzungsfähiger Doge gewesen sein, wie es venezianische Chronisten überliefern. Weder beim Volk noch bei den Kirchenfürsten war er sonderlich beliebt, zeichnete sich aber durch außergewöhnliche staatsmännische Fähigkeiten aus. Dass er Analphabet war und Dokumente mit einem Signum Manus unterzeichnen musste, teilte er mit anderen Herrschern seiner Zeit. Zunächst ernannte er seinen Sohn Pietro zum Kodogen. Um 839 unternahm er zwei erfolgreiche Feldzüge an die Küste Dalmatiens zu den Slaven, die mit ihren ständigen Überfällen auf venezianische Schiffe den Seehandel in der Atria stürten. Mit deren Führern Mislav und Droseiko schloss er Friedensverträge. Auf Bitten des oströmischen Kaisers führte er einen Feldzug gegen die Sarazenen, die versuchten, sich im Zuge ihrer Expansion nach Westen auf Sizilien festzusetzen. Wegen seiner militärischen Erfolge wurde er vom Kaiser mit den Titeln Spartario und Ipatu ausgezeichnet. Von einschneidender Bedeutung für die Geschichte Venedigs war die Unterzeichnung des Paktus Lotharii vom 23. Februar 840 in dem Kaiser Lothar I., die Unabhängigkeit Venedigs und dessen Herrschaft über die Lagune bis zum Meer anerkannte. Am 23. März 856 bestätigte Lothars Nachfolger Ludwig II. den Vertrag. Um diesen Zeitpunkt wurden in Venedig die ersten Münzen mit der Inschrift Christe Salva Venezias geprägt. Ein Zeichen wachsenden Selbstbewusstseins der Lagunenstadt. Am 23. März 840 war Ludwig II. mit seiner Frau für drei Tage Gast im Haus des Dogen und wurde Taufpate einer Dogenenkelin. Kurze Zeit nach Abreise des Königs starb Tradonikos und Giovanni. In den darauffolgenden Unruhen in der Bevölkerung, deren der Doge nicht Herr werden konnte, warf man ihm Ungerechtigkeit und Despotismus vor. Am 13. September 864 wurde er beim Verlassen der Kirche Sanz Akaria von einer Gruppe Verschwörer ergriffen und erschlagen. Offenbar befürchtete man wegen der Unruhen ein Eingreifen von Seiten der Schutzmächte der Lagunenstadt, sei es von den Franken oder aus Byzanz, sodass in Eile ein dreiköpfiges Gericht ernannt wurde. Fünf Verschwörer wurden gehängt, vier nach Konstantinopel verbannt, während es anderen gelang, Venedig unbehelligt zu verlassen. Die Volksversammlung wählte wenig später wieder einen Participatio Orsoi zu seinem Nachfolger. Tradoniku wurde im Atrium von Sanz Akaria bestattet.